Von Bridgestone gibt es eine neue Wunderwaffe, mit der man durchaus in der Lage ist, neue Rundenrekorde aufzustellen, wie 2019 von Karel Hanecker in Most bewiesen. Ich freue mich, dass der Reifen jetzt auch für uns Hobbyfahrer zur Verfügung steht, denn genau um das geht es hier in diesem Video. Bleibt dran, absolut spannender Reifen. Das ist für mich auch persönlich eine Riesenfreude, weil es ist so in der Produktübersicht von den Bridgestone Hinterrädern so ein bisschen abgegangen. Es gab den Medium, es gab den Soft, dann kam letztes Jahr der erste 3LC, was bedeutet 3 Layout Compound, also der hat quasi drei verschiedene Schichten. Und den gab es halt in Soft-Medium-Mischung auf der Edge-Flanke, also für den Edge-Grip auf der äußeren Flanke. Diese Reifen haben die ein oder anderen schon getestet und jetzt hat Bridgestone nochmal richtig nachgelegt und dementsprechend einen 3LC XS gebracht, quasi einen Soft-Extra-Soft, um quasi so diese Benchmark von Pirelli SC0 oder Dunlap Nuller Reifen Mischungen zu kontern. Was den Bridgestone aber so besonders macht, ist halt diese Kombination zwischen diesem Extra-Soft-Soft in Verbindung mit diesem 3 Layout Compound System, also sprich diese drei Schichten, wo für den Edge-Grip an der äußeren Flanke diese Extra-Soft-Gummimischung zur Verfügung steht, aber der Reifen in der Mitte oder zur Mitte hin quasi eine extrem gute Abstützung bietet. Das ist eigentlich das, was zum Beispiel auch so, was ich an einem anderen Hersteller, der Extra-Soft ist oder so ein Qualifier, ein bisschen kritisiere, weil die dann anfangen so ein bisschen zu walken und man merkt einfach, dass der Reifen auf der Felge extrem, ich möchte jetzt nicht sagen unruhig, aber schon, er bewegt sich extrem. Und das ist das, was Bridgestone damit eigentlich kompensiert. Das war ja auch schon so, deswegen war ich früher ein Fan von dem Medium, das war der Alte, dann kam ja der Soft. Und der Soft hatte zwar mehr Edge-Grip, also sprich Edge-Grip für die, die es nicht wissen, das ist der Grip für die Maximal-Schräglage, also Maximal-Schräglage, wo du auf der äußeren Flanke dich bewegst. Da hatte der Soft zwar mehr Edge-Grip als der Medium, hatte aber so ein bisschen so den Nachteil, dass er eben so, ja, vor allem bei der Tausende ein paar Walk-Bewegungen auf der Felge gemacht hat. Und deswegen habe ich eigentlich früher immer gerne den Medium gefahren, der zwar ein bisschen weniger Grip hatte, aber durch das, dass ich sehr spitz gefahren bin, habe ich einen Reifen gebraucht, der sehr viel abstützt. Und da war der Medium halt gut, der hat wirklich gut, der war extrem hart und das gab mir ein gutes Feedback. Und da war ich anscheinend nicht der Einzige, der dieses Problem hatte oder bemerkt hat. Und deswegen hat Bridgestone letztes Jahr schon diesen 3LC Soft Medium gebracht, der dieses Problem kontaminiert hat. Also sprich, du hattest dann den Grip im Edge-Bereich, hast aber trotzdem die Abstützung des Mediums in der Mitte des Reifens gehabt. Und dieser Philosophie sind sie jetzt nachgegangen und haben halt so einen richtigen Rundenrekord, so einen Qualifier-Reifen entwickelt, der halt wirklich so dieses Optimum an Grip bietet. Jetzt ist natürlich interessant, was haben wir denn für Einsatzzwecke? Natürlich ist es jetzt nicht unbedingt zwingend notwendig, nur mit diesem neuen 3LC XS zu fahren und jedes Training, jeden Turn damit zu absolvieren. Aber man könnte jetzt sagen, für ein Qualifying oder für ein Rennen hebe ich mir den auf, wo ich so maximal Grip haben möchte. Es macht jetzt keinen Sinn, das erste Mal auf eine Rennstrecke zu gehen, da wo man vorher noch nicht war oder eventuell das Motorrad gar nicht kennt und dann diesen Reifen neuwertig zu verheizen. Das wäre eigentlich ein bisschen schade drum, wäre rausgeschmissenes Geld. Das ist schon so ein Reifen, dem man so für sich so besondere Zwecke, sage ich jetzt mal, aufhebt. Und damit spricht Bridge dann aber nicht nur diese ganz, ganz schnellen Hobbyfahrer an oder auch die Profis, sondern es spricht auch die Einsteiger oder diese Mittelklassefahrer an, die so typische Hobbyfahrer. Warum ist das so? Ganz einfacher Hintergrund, der Reifen wird dir viel mehr Vertrauen geben. Und dann wirst du feststellen, ah, du kannst an manchen Stellen viel mehr Gas geben, viel stärker Gas geben, weil du einfach dieses Vertrauen in diesen Reifen ganz einfach mitbringst. Das war bei mir schon immer so, wenn ich irgendeinen Qualifier-Reifen mal spaßeshalber aufgezogen habe, dann habe ich den nutzen können, auch wenn ich noch nicht so schnell war. Weil du einfach vom Kopf her sagst, hey, ich habe jetzt einen Qualifier drauf, das muss jetzt gehen. Und das geht dann auch. Und dann merkst du einfach, dass viel weniger leichte Bewegungen ins Motorrad kommen, sondern das grippt halt schon enorm. Also so ein extra soft, das ist schon so eine, boah, da sagst du natürlich schon, wow. Jetzt hat das Bridgestone natürlich so gemacht, wir haben verschiedene Temperaturverhältnisse. Bei anderen Herstellern ist es so, dass du zum Beispiel, desto wärmer es wird, umso softer du gehen musst auf der Hinterachse. Bei Bridgestone ist das genau andersrum. Dieser neue 3LC XS ist jetzt auch für geringere Temperaturen geeignet, geht aber relativ weit hoch in das Temperaturfenster und knüpft schon fast an den Medium an. Also er deckt relativ viel ab, für das, dass es so ein extra soft Reifen ist, was gut ist. Wenn du zum Beispiel von Pirelli so einen SC0 nimmst, der funktioniert bei 20 Grad fast nicht. Du musst jetzt schon fast 30 Grad haben, also hier heißer sein, weil der ist genau umgedreht, dass der funktioniert. Und das ist jetzt bei Bridgestone auch ein riesen Vorteil, weil du halt einfach ein größeres Temperaturfenster abdecken kannst und viel unkomplizierter diesen Reifen einsetzen kannst. Also sowohl als bei niedrigen Temperaturen, als auch bei höheren Temperaturen. Was natürlich, vor allem bei höheren Temperaturen wird dieser Reifen von der Lebensdauer her natürlich nicht der Lebensdauer entsprechend von dem alten Ursteinzeit eingesessenen Medium von Bridgestone, der natürlich teilweise zwei Tage geht, also zwei Tage Vollgas, so nach dem Motto, das wird mit diesem Reifen nicht funktionieren. Das liegt aber auch in der Natur der Sache, dafür ist der Reifen nicht konzipiert. Sondern ich will damit wirklich maximal Grip, maximal Performance, maximal Schräglage, maximal Beschleunigung bei Schräglage haben, um maximale Rundenzeit zu kompensieren. Ich denke, das ist so ein Reifen, den jeder mal so dabei haben muss und sich für ein Wochenende mal einkalkuliert, vor allem wenn er Rennen fährt, ist das schon so ein Muss. Ich würde mir diesen Reifen, ich würde jetzt, wenn ich sage, okay, ich hätte einen so einen Hinterreifen pro Event dabei, dann würde ich mir den Reifen wahrscheinlich entweder fürs Qualifying oder fürs Rennen so aussuchen. Wenn ich nur zwei Runden für ein Qualifying brauche, um maximale Rundenzeit zu fahren, dann könntest du den wahrscheinlich auch fürs Qualifying und fürs Rennen nehmen. Ich habe ihn selber jetzt noch nicht gefahren, ich hoffe, das kommt bald so weit. Deswegen kann ich jetzt diese exakte Rundenzeit, diese exakte Rundenanzahl, die mit dem Reifen möglich sind, noch nicht einschätzen. Wenn es in diesem Niveaubereich von Pirelli liegt, da kann ich sagen, dass ein Pirelli SC0, der geht halt zum Beispiel so ein Rennen und dann ist das fast vorbei. Und so ein Rennen, in der Schweizer Meisterschaft bin ich zwölf Rundenrennen gefahren mit dem SC0 damals nach Pirelli. Danach war der nach zwölf Runden. Also so wie man den Britstand kennt, wird der Reifen einen Tacken länger halten als der Pirelli. Davon gehe ich aus, sonst hätten sie, das haben sie wahrscheinlich schon so lange entwickelt, dass das passiert, damit sie auch das kompensieren können. So, was spricht jetzt zwei Faktoren, die wirklich für diesen Britstand auch sprechen allgemein? Das muss ich auch mal loswerden. Der Britstand ist ein bisschen schmäler als der 200er Pirelli zum Beispiel. Da könnte man jetzt halt meinen, ja, da ist bestimmt ein bisschen weniger Kripp da, ein bisschen weniger Auflagefläche, weil der Reifen schmäler ist. Es hat aber auch einen riesen Vorteil für mich, für meinen Fahrstil. Deswegen musst du das rausfinden, was für deinen Fahrstil gut ist. Aber ich mag den Britstand, weil er ein bisschen schmäler baut. Und weil mir das das Motorrad viel agiler und viel wendiger macht. In Wechselkurven, in Unterzug, wenn du von rechts nach links umlegen musst. Und dann gibt mir dieser Reifen einfach viel mehr Dynamik. Deswegen habe ich schon immer auch bei diesem Medium, bei den alten Hinterrädern vom Britstand, ein bisschen auf diesen Maximal-Grip verzichtet. Dafür ist das Motorrad wendiger gewesen. Und ich habe diesen Grip, diesen nicht so Maximal-Grip länger gehabt. Ich denke jetzt bei dem neuen 3LC XS wird es ein bisschen anders sein. Der wird nicht so lange halten. Das hat man jetzt auch schon bei dem 3LC Soft Medium gesehen. Der hat auch nicht so lange gehalten wie der normale Medium. Das liegt auch in der Natur der Sache, weil natürlich ein weicherer Gummi schneller runter geht. Der Reifen wird im Juni 2020, also jetzt pünktlich zum verspäteten Saisonstart, für euch zur Verfügung stehen. Erste Auslieferungen sind schon an Yard, Yamaha Austria Racing Team in Österreich gewesen. Die haben schon fleißig damit getestet. Ich hoffe jetzt auch, dass ich bald einen bekomme zum Testen, um dann einen ausführlichen Test für euch über diesen Reifen zu machen. Das war jetzt einfach mal so Produktvorstellung. Was kommt, auf was ihr euch vorbereiten dürft und vor allem auch freuen dürft. Ich freue mich persönlich wirklich riesig auf den Reifen, weil ich endlich jetzt auch bei Bridgestone einen Reifen habe, da wo ich mal einfach so eine richtige Qualifying-Zeit rausdrücken kann und maximal, maximal Grip am Hinterrad habe. Also ich hoffe, das war interessant. Gebt mir gerne einen Daumen hoch für das Video. Abonniert gerne den Kanal, wer das noch nicht gemacht hat. Ich freue mich bis zum nächsten Mal und ciao. Gebt mir gerne den Kanal, wer das noch nicht gemacht hat.